Ein Leben im Zirkus. Spaß, Glamour und harte Arbeit. Auch hinter den Kulissen. Sophie Plautzer ist gelernte Maßschneiderin für Damen und seit September beim Zirkus Roncalli. Für die gebürtige Rostockerin mit fester Wohnung in Bremen ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Die Arbeit in der Schneiderei kann nämlich sehr abwechslungsreich sein. Das ist ganz unterschiedlich. Also entweder repariere ich Kostüme, mache Neuanfertigungen, Instandhaltung des Kostümpfundus, wo wir gerade drin sind. So ist der Aufgabenbereich in etwa. Manchmal wird es hektisch für Sophie. Wenn während der Vorstellung etwas kaputt geht, muss sie flink das Kostüm reparieren, einen Knopf annähen oder eine Naht ausbessern. Trotzdem möchte sie den Zirkus nicht mehr missen. Also ich reise gerne rum, habe keine Lust die ganze Zeit zu Hause zu hocken, will ein bisschen was sehen, auch ein paar Städte sehen und deshalb dachte ich, wieso bewerbe ich mich nicht mal. Man kann sich das vorstellen wie ein riesengroßer Campingplatz und es hat auch eher so ein Camping-Flair, aber es ist sehr schön, weil man viele interessante Leute auch kennenlernt. Ihre Probezeit muss Sophie noch bestehen, denn in Zirkuskreisen heißt es, entweder man geht im ersten Jahr oder man bleibt sein Leben lang. Die Wahlbremerin hat sich schon entschieden, sagt sie, und zwar für den kleinen Schneider-Wohnwagen, für die Hektik, den Glamour und die Zirkusfamilie. Und zwar für die Hektik, den Glamour und die Zirkusfamilie. Und zwar für die Hektik, den Glamour und die Zirkusfamilie. Und zwar für die Hektik, den Glamour und die Zirkusfamilie. Und zwar für die Zirkusfamilie.